30 Jahre sind vergangen, Jahrzehnte ohne Regen. Die einst fruchtbaren Ebenen von Phars sind so karg wie die Salzwüste Lut. Ein paar Bogenreichweiten entfernt von Persepolis griffen die Kushaner, blutrünstige Krieger aus dem Osten, Persien an. Persische Soldaten verteidigten das Land. Um jeden Preis. Ardashir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Anahita scharrte ihre restlichen Krieger um sich. Uwishkar, der General der Kushaner, war siegessicher. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die Sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden. Vorwärts, Unsterbliche! Vorwärts, Unsterbliche! Anahita! Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Rette Persepolis, ich hab dich vorbereitet. Ich gehe meinen verwunderten Kriegern helfen. Gehen wir, Sargon! Überlegung! Dann가ich! Bott Pathens! Mannsch! 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 Vorsichtig! Das ist der rascher Bar! Keiner von euch wird hier lebend wegkommen! Hey! Wir hatten da ohne mich Spaß! Enolias hat einen Weg geparkt! Mir nach, Sargon! Feuer reden! Lauf weiter, Sargon! Wir müssen diese Bogenschützen der Kosana erledigen! Überlass das mir! Wie viele hast du gekriegt? Ich lass dir Zeit zum Aufholen! Ich lass uns das aufholen! Anahitas Wachen? Anahitas Wachen 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 Anahitas Wachen